Herzlich Willkommen, Kippte, Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr seid gut in diesen Tag reingekommen, denn es ist der letzte Tag des Jahres. Die Erde hat sich schon wieder einmal um die Sonne gedreht. Jetzt kommen wieder die ganzen guten Vorsätze fürs nächste Jahr, obwohl ich nichts davon immer halte. Ich mache mir keine guten Vorsätze immer fürs nächste Jahr. Ich finde das ein bisschen komisch, wenn man sich die guten Vorsätze nach einem Zyklus setzt, in dem sich ein Planet um eine Sonne dreht und dann soll sich auf einmal alles ändern. Entweder hat man die guten Vorsätze immer in sich oder man lässt es einfach sein. Aber wem es hilft, hey, ist jedem selber überlassen. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Gucken wir uns mal an, was der Markt uns bringen wird. Was wird uns 2021 bringen, Leute? Im ersten, vielleicht sogar aller, aller spätestens, wenn sich das so verzögern würde, würde, im zweiten Quartal werden wir diese Rotation sehen, meines Erachtens nach. Und es wird ein wunderschöner, blühender Krypto-Frühling werden mit sehr, sehr vielen Gewinnen, die wir sehen werden. Es werden locker einige Millionäre wieder entstehen dadurch. Wir werden wahrscheinlich auch in diesen Bereich der Millionen kommen. Was dann aber im nächsten Buran passiert, wenn wir im Bärenmarkt sind und diese Gewinnereien investieren, dann werden wir Potenzial zu mehreren, mehreren Millionen haben, zweistelligen Millionensummen, wenn wir dann im nächsten Buran ungefähr im 2024 sind. Wenn das nächste Bitcoin-Halving, ich weiß, es wird gesagt, oh, das ist vorbei mit diesen Bitcoin-Zyklen, dass es nach dem Bitcoin-Halving neue Runs gibt. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass das schon so schnell vorbei ist. Denn die Adoption ist noch nicht so, wie wir sie gerne hätten auf dem Markt. Und ich denke und ich vermute auch, dass bis zum nächsten Buran, der auch durch Bitcoins-Halving wieder ausgelöst wird, sich nicht viel geändert hat. Aber was ist jetzt erstmal passiert auf dem Markt? Schaut mal, wir haben hier eine Marktdominanz, die ein kleines bisschen nach oben gegangen ist, hat ein kleines bisschen Luft genommen. Bitcoin und Ethereum-Dominanz haben sich nicht wirklich bewegt. Sie bleiben recht gleich, was noch ein positives Zeichen ist. Denn wenn die Bitcoin und Ethereum-Dominanz stark nach unten gehen werden, dann werden wir diesen üblen Ausraster auf dem Markt sehen, weil die Rotation dann stattfinden wird. Wenn wir einfach mal schnell runterscrollen, dann sehen wir, dass einige Altcoins hier noch im Plus sind. Das ist ein positives Zeichen, dass der Altcoin-Markt dem Bitcoin jetzt nicht komplett folgt, sondern dass wir vereinzelnd Coins haben, wo das Geld tatsächlich reinfließt. Nichtsdestotrotz reagiert der Markt immer noch ängstlich. Wir sind zwar von Extreme 4 raus in normale 4, also wir sind von Extreme-Angst zurück in normale Angst reingekommen, weil wir halt diesen kleinen Aufstieg auf dem Markt haben. Nichtsdestotrotz ist es noch nicht das, was wir erwarten. In dem Moment, wenn diese Rotation stattfinden wird, dann werden wir uns hier in diesen Bereichen befinden. Was wird dann passieren, Leute? Worauf warten wir jetzt? In dem Moment, wo diese Rotation stattfinden wird, wo Altcoins komplett durch die Decke gehen, werden wir anfangen, Euphorie auf dem Markt zu haben. Wir werden überall positive News haben. Wir werden überall Leute haben, die neu auf den Markt gekommen sind, die hier reinformen werden, weil sie viele Beiträge dann lesen, dass neue Millionäre, wie viele Millionäre sind jetzt entstanden durch diesen Run, der jetzt gerade passiert. Und sie werden zu diesen All-Time-High-Bereichen, die wir haben, wir werden dann Allzeithochs erreichen. Und diese Gier, die wir dann haben werden auf dem Markt, diese extreme Gier, die dann hier herrschen wird, die wird auch dafür sorgen, dass No-Coiners, das heißt die, die noch nicht in Kryptos investiert sind, auf einmal ganz hellhörig werden und eventuell doch noch sagen, hey, jetzt will ich das auch mal hier mitnehmen. Und die gehen dann zu einer Zeit rein, wo wir uns bereit machen, zu dumpen prinzipiell, unsere Coins zu verkaufen und die können sie dann schön teuer einkaufen. Aber leider ist das so, der Mensch, der tickt auf diese Art und Weise, wenn die Preise günstig sind, sind sie nicht bereit zu kaufen. Sobald sie sehen und ihre Gier sich einschaltet und sie sehen, oh, da hat ein anderer Gewinn gemacht, da ist Logik fernab dieser Menschen. Es interessiert nicht mehr, ob man da strategisch irgendwie sich Überlegungen macht, ob man ein bisschen Recherchen macht. Nein, die Preise sind hoch, alle anderen sind Millionäre geworden, ich will jetzt auch. Ob das Sinn macht oder nicht in dem Moment, zu einem Allzeithoch sein Geld da reinzutun, das ist eine ganz andere Frage. Aber so weit denkt der Mensch nicht mehr, wenn er durch Gier geblendet ist. Aber Leute, für uns ist das positiv. Wir sind noch super, super jung in diesem Markt. Und bevor ich auf die News eingehe, liked das, was ihr hier seht, Leute. Haut eine Budspenzer-Nackenschelle auf diesen YouTube-Button, damit die endlich mal verstehen von YouTube, dass sie uns weiterempfehlen sollen, dass dieser Channel endlich mal größer werden soll und wächst, unsere Community riesengroß wird. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut das Video bitte von vorne bis hinten durch und teilt es auch gerne. Das tut den YouTube-Algorithmus gut und so sagt dir diesen Algorithmus, hey, wir mögen die Crypto-Heroes, empfehlt sie mal weiter. Und wenn ihr tägliche News zu Cryptos haben möchtet und Hintergrundwissen zu Altcoins, dann abonniert diesen Channel auch gerne. Okay, was haben wir für News? Ihr erinnert euch noch, als die BaFin hinter Binance her war, mehrere europäische Länder, Kanada auch, USA auch und Binance so ziemlich in den Schienbein getreten haben. Es ging ja darum, dass sie tokenisierte Aktien halt angeboten haben und dafür haben sie keine Lizenz gehabt. Ich habe euch gesagt, entspannt euch, Binance wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Es ist die größte Börse weltweit. Sie werden ihre Milliarden, die sie da verdienen, nicht einfach aufgeben und sagen, okay, jetzt hören wir einfach mal auf. Viele, viele Crypto-Youtuber haben gesagt, weg da bloß, die werden von der Bildfläche verschwinden. Jetzt ist das auf jeden Fall ein schöner Lichtblick, dass wir hier sehen, dass Regulierungsbehörden in Bahrain, vor allem in den Bereichen vom Nahen Osten und Nordafrika, die Mena-Region und Kanada jetzt die Genehmigung für Binance-Titel gegeben haben, das ist ein super, super positives Zeichen und ein schöner Lichtblick nach vorne, denn es wird immer noch der größte Volumen auf Binance gehandelt. Nichts hat sich da wirklich verändert dran, außer einige, die Panik bekommen haben und gesagt haben, nein, Binance ist jetzt weg. Aber wie immer auch bei der XRP-Klage, wo ich euch gesagt habe, entspannt euch, das ist ganz normal, da ist nichts wirklich Außergewöhnliches dran. Auch hier wird sich das wieder regeln. Das ist ein Milliardenunternehmen und viele, viele verstehen in dem Moment nicht, dass sie da Anpassungen machen können, statt einfach Insolvenz anzumelden, zu sagen, oh, da ist eine Behörde jetzt hinter uns her und das war's, wir gehen jetzt wieder, unsere zig Mitarbeiter, die wir haben, unsere Milliarden, die wir verdienen, sind uns jetzt egal, da haben wir jetzt eine Behörde, die hinter uns her ist oder in mehreren Ländern halt und das war's jetzt. Nein, sie machen Anpassungen und das Ding geht dann weiter. Ganz, ganz normal und ganz einfach. Also wir müssen lernen, in vielerlei Hinsicht ein bisschen entspannter zu sein, uns nach hinten zu lehnen und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also daher Leute, richtig, richtig schön, das zu sehen, dass Binance hier in die richtige Richtung kommt. Was ist hier los? Guckt euch das mal an. Die Bitcoin Liquidations waren ja hier an dem Tag ziemlich hoch, wo wir diese starke Korrektur gesehen haben. Wir haben zusammengerechnet fast 500, 500 Millionen an Liquidationen gehabt. Einen Tag danach war es gar nicht so viel weniger. Wir waren da ungefähr bei der 350, 360, 360 Millionen Liquidationen und das war hier, wo Bitcoin den Tiefpunkt des Preises erreicht hatte und jetzt, wo wir einen kleinen Ausschwung sehen, schaut mal an, die Liquidationen hier sind recht gering gewesen, verhältnismäßig gering halt und heute sowieso ganz, ganz klein. Es wurden nur ungefähr irgendwas mit 76 Millionen liquidiert, insgesamt Shorts und Longs berechne ich gerade in meinem Kopf ein bisschen zusammen. Der Mathematikgenie hat er einmal addiert hier. Hat er Multitasking hier gemacht nebenbei. Okay Leute, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass die Leverage-Trader jetzt sich ein bisschen zurückhalten und sagen, nee, so sicher sind wir uns nicht. Müssen wir mal aufpassen, vielleicht müssen wir uns mal die Metrics angucken, wie es aussieht mit den Long- und Short-Positionen, die jetzt neu auf dem Markt sind. Aber das zeigt auch auf jeden Fall in diese Richtung. Schaut mal an, das sind jetzt On-Chain-Daten zu Bitcoin. Die orangen Linie wird als institutionelle und Wale bezeichnet. Das sind die Wallets, die über 10.000 Bitcoins besitzen und die blaue Linie hier sind Wallets, die unter einem Bitcoin besitzen. Und wie ihr seht, sind die Retail-Investoren eigentlich immer, immer recht, recht standardmäßig dabei. Es ist tatsächlich so, dass viele einfach im Monat eine Summe X da reinstecken. Aber Wale, Institutionelle, tun das nicht. Die verdienen richtig Geld daran, wenn sie günstig einkaufen. Jetzt schaut mal, was ist passiert, als wir hier zum ersten Mal die ganzen All-Time-Highs erreicht haben. Wale haben nicht eingekauft. Schaut euch das mal an, wie das runtergegangen ist. Und wie ihr sehen könnt, geht die Kurve hier so ein bisschen hoch. Wir haben so einen kleinen Hügel. Retail-Investoren, die unter einem Bitcoin haben, und die Wallets sind gestiegen. Die haben tatsächlich hier auch in den All-Time-High-Bereichen eingekauft. Und das ist das, was uns das Vielen-Greed-Index auch bestätigt. Steigen die Preise, haben Retail-Investoren das Gefühl, oh, ich habe das verpasst, ich kaufe jetzt neu ein. Das Ding geht durch die Decke. Das geht auf 200.000, 300.000. Was machen die großen Wahle, Institutionelle? Kaufen nicht ein. Wir warten das ab. Und wann kaufen sie wieder ein? Wann geht das hier wieder hoch? Wo wir diesen Dip hier gesehen haben. Wir sind dann einmal schön runtergedippt von All-Time-High. Und erst in diesem Bereich haben Wahle und Institutionelle angefangen, wieder einzukaufen. Was ist passiert? Dann haben wir diesen Dump gesehen. Elon Musk, China-Verbot von Meinern. Und das alles hat dazu geführt. Und mit großen Liquidationen natürlich. Riesen-Domino-Effekte. Einer schießt den anderen wieder raus aus dem Markt. Und dann sind wir hier runtergegangen. Und was ist passiert? In diesem Bereich. Da haben selbst die Wahle ein bisschen Schiss bekommen. Aber wo wir hier in Richtung Ende gekommen sind. Wo wir den Tiefpunkt erreicht haben. Wer hat da angefangen dick einzukaufen? Schaut euch das mal an. Da ist der Einkauf der Wahle richtig hoch gegangen. Bis zu dem Zeitpunkt hier, wo wir den Höhepunkt hier einmal gesetzt haben. Nach diesem Tief. Wir haben eine kleine Korrektur gesehen. Was passiert dann? Während dieser Korrekturphase kaufen Wahle wieder mächtig ein. Nachdem sie hier bei diesem kleinen Trend nach unten ruhig geblieben sind. und wo haben sie wieder angefangen ruhig zu werden, nasse Füße zu kriegen. Hier, wo wir neue Alltime-Eyes gesetzt haben. Schaut mal. Wahle kaufen nicht mehr ein. Extrem Tiefpunkt erreicht. Und wo fängt der Einkauf jetzt wieder an? Wo geht das hier nach oben? Genau jetzt, wo wir diesen Tiefpunkt hier wieder gebildet haben. Aber auch Retail-Investoren sind hier positiv gestimmt nach diesem Tief, was wir hier hatten. Aber nichtsdestotrotz schaut euch das mal an. Bei den Retail-Investoren ist das mehr so, oh, egal. Ich kaufe mal einfach ein. Egal, ob das hoch oder runter geht. Aber wenn man sich das anguckt, intelligente Trader, Wale, die traden die Dips. Kaufen erst ein, wenn der Preis nach unten geht. Und wenn der Preis oben ist, lassen sie die Finger davon. Oder verkaufen sogar auch noch einen Teil davon, um Gewinne zu sichern. Und wer kauft dann in dem Bereich ein? Retail-Investoren. Und das ist leider so. Und auf solche Dinge werden wir in einem Kurs, den wir auch gerade machen, eingehen, dass man sowas halt vermeidet. Ihr wisst ja, wir investieren mindestens über ein Jahr, sodass wir keine Steuern drauf zahlen müssen. Und dass solche Fluktuationen, die hier passieren, wie die Wale hier agieren und auf so eine Art und Weise auch den Markt kontrollieren können, das vermeiden wir komplett. Und machen wesentlich mehr Gewinne, als wenn man jetzt in diesen Bereichen traden würde. War darauf, dazu gibt es mehr dann im Kurs, Leute. Was haben wir hier noch? Michael Saylor announced hier, MicroStrategy hat wieder 1.914 Bitcoin gekauft bei einem Durchschnittspreis von 49.249 pro Bitcoin und hat damit die Holdings von MicroStrategy auf 124.391 Bitcoin erhöht zu einem Wert von 3,75 Milliarden zu einem Durchschnittspreis von 30.159 pro Bitcoin. Das heißt, der Durchschnittspreis für diese Anzahl von Bitcoin, die sie gekauft haben, ist dieser hier, 30.159 und die jetzt aktuell gekauften, für die, die jetzt verwirrt sind. Dieser aktuelle Kauf, den sie getätigt haben, von 1.914 Bitcoin, diese 1.914 Bitcoin haben sie im Durchschnittswert von 49.229 pro Bitcoin gekauft. Sehr, sehr interessant. Das heißt, während Retail-Investoren hier immer noch im Angst versinken, kaufen Institutionelle einfach mal wieder ein. Was haben wir hier noch? Während das passiert, Leute, während das passiert, haben die meisten keine Ahnung davon, was Kryptowährungen sind. Und das ist das Gestörte. Wer sich das Video nicht angeschaut hat von gestern, ich feiere das Video, glaube ich, noch mehr als hier. Ich habe mir das selber, glaube ich, nochmal 3, 4, 5, 6 Mal angeguckt. Ich weiß es nicht, ich habe es mir oft angeguckt, weil ich das einfach gefeiert habe. Nicht, weil wir jetzt da draußen Kryptowährungen sind, weil es selbst mir wieder die Augen immer wieder öffnet, wie frisch wir auf diesem Markt sind, Leute. Wie gestört ist das denn? Und ich erfahre das halt immer und immer wieder, wenn mich Leute darauf ansprechen, dass die meisten gar keine Ahnung davon haben, was für eine Riesenlawine da mit Kryptowährungen auf den Markt kommt. Und das ist das Gestörte daran, Leute. Wir sind noch ultra frisch auf diesem Markt. Und wir schauen zur Zeit gerade auf die Preise und denken uns, oh nein, geht der Run weiter oder nicht? Leute, der Großteil hat noch gar keinen Plan davon. Die wissen ja noch nicht mal, was das ist. Viele wussten nicht mal, was Bitcoin ist. Ich meine, wir haben so viele befragt und vieles haben wir auch gar nicht gezeigt. Leider haben einige gefragt gehabt hier in der Comments-Section, auch mit der älteren Generation. Die haben echt keine Lust gehabt. Das, was man hier bei so einem Quiz halt nicht sieht, wie viele Absagen wir bekommen. Ich meine, wir standen da, wir haben viele, 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 viele Menschen befragt, ob sie überhaupt teilnehmen möchten. Der Großteil, nö, keine Zeit, nee, 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 filmt mich nicht. Ich möchte nicht vor die Kamera. Nein. Sehr, sehr viel. Da muss man echt sich wieder aufrappeln und immer wieder neue Leute befragen, bis man dann einige findet, die da mitmachen wollen. Die sind da halt alle ein bisschen skeptisch immer. Aber, ja, hey, da haben auch einige in der Comments-Section gefragt, was ist mit deinen Fingern los? Ich habe seitdem ich zwölf bin eine rheumatische Krankheit gehabt an meinen Gelenken. Darum sind die Finger so schief, die sind mir nicht gebrochen. Da haben einige gesagt, hey, hast du dir etwa alle Finger gebrochen? Nein, liegt nicht daran. Und die Finger deformieren sich dann halt und dann, gerade werden sie halt nicht mehr. Aber, ja, ist nichts Außergewöhnliches da. Macht euch mal keinen Kopf. Nichtsdestotrotz, Leute, einige haben gesagt, ja, du redest nicht mehr über XRP und deine Preistargets von 10, 13 und 16 Dollar. Die stehen für mich immer noch. Die Charts haben sich ja nicht geändert. Die Charts haben ja nicht gesagt so, nee, die Tiefpunkte und Höhepunkte sind jetzt auf einmal ganz anders in der Vergangenheit und darum sind die FIPS jetzt anders. Die FIPS haben wir aufgrund der Daten der Vergangenheit gezogen. Darum verstehe ich nicht, warum manche kommen und sagen, ja, haben sich deine Meinung jetzt geändert? Das ist nicht meine Meinung. Das ist das, was die Charts uns gesagt haben. Und wenn ich die FIPS gezogen habe, von hier oben bis hier unten, diese Punkte, die haben sich ja nicht verändert, nur weil wir hier jetzt Fluktuation haben. Warum sollen sich die Preistargets dann geändert haben? Darum verstehe ich einige Leute nicht. Aber schaut mal, ich habe hier, ich vergleiche diese Phase, die wir hier haben, immer wieder mit der Phase, die wir hier hatten, 2017 beim Borum, bevor wir diesen Ausraster gesehen haben. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich habe schon wieder eine kleine interessante Sache entdeckt. Wenn wir uns beim Daily, das ist der Daily, das ist der tägliche Ansicht, ein Candlestick, das ist ein Balken, repräsentiert einen Tag. Wenn wir uns angucken, wie oft haben sich hier die 21 Tage und die 34 Tage gleitende Durchschnittswerte gekreuzt? Wir haben hier einmal, zweimal, dreimal und viermal. Und beim fünften Mal kam der Ausraster. Ratet mal, wie oft wir hier eine Kreuzung haben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und was wird beim fünften Mal wohl passieren? Wir sind kurz davor, dass sie sich wieder kreuzen. Und ja, ich weiß, kommt mir nicht an und sagt, oh, hier ist es doppelt. Auf der anderen Seite war das auch doppelt. Das habe ich als einmal gezählt. Ich hätte dann auch sagen können, ja, fünfmal und sechsmal. Aber das zählt für mich als einmal, weil die so nah aneinander dran waren. Das passiert dort hinten übrigens auch. Wenn wir uns dem Weekly angucken, was noch wichtiger ist. Wo haben wir beim Weekly diese Kreuzung gehabt? Der Run hatte hier begonnen. Wo haben wir die Kreuzung wieder gehabt gehabt? Hier. Schaut mal. Wir sind hier einmal mit der 21 Tage unter die 34 Tage gekommen und wieder nach oben und dieser letzte Run kam. Was haben wir auch hier? Schaut euch das an. Wir haben hier eine Kreuzung gehabt, sind hoch während des kleinen Runs, den wir hier haben. Haben hier eine Kreuzung gehabt und jetzt geht das wieder nach oben. Was kommt dann wohl? Was wird jetzt hier passieren, Leute? Während sich die ganzen Triangles hier verengen. Was wird hier passieren? Während das RSI genau das macht, was er auch hier gemacht hatte. Was wird wohl kommen? Was wird wohl kommen? Ich gehe in den Daily zurück und zeige euch mal, was ich vermute, was kommen wird. Ich werde euch mal diesen Fractal hier rauskopieren. Das habe ich schon öfter gemacht. Was uns auch bestätigt, dass die Preistargets ähnlich kommen können, wie wir sie uns vorgestellt haben. Jetzt schaut mal. Wenn wir sie hier überlappen. Ich werde den Tiefpunkt, den wir hier gebildet haben, mit dem Tiefpunkt, den wir hier gebildet haben, einmal überlappen. So. Und ich bringe das mal ein bisschen näher ran an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und wenn ich das hier überlappe, sowas ähnliches, sowas ähnliches könnte passieren. Und jetzt schaut euch mal, wie ähnlich die Entwicklungen sind. Wie ähnlich sind diese Entwicklungen. Wir haben die gleichen Hochs und die gleichen Tiefs. Das ist unglaublich. Als ob man das wirklich kopiert hätte und hier einfach ein bisschen in die Länge gezogen hätte, bei dem, was hier aktuell passiert. Okay. Aber ich überlappe die Tiefpunkte mal miteinander und dann schauen wir mal, wohin wir gehen können mit den Preisen. Na, was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr? Wo wird das hingehen? Wo wird das hingehen? Oh. Kommen wir da etwa auf die 16 Dollar? Okay. Sieht interessant aus. Muss es denn so sein? Wie sind wir denn auf die 16 Dollar gekommen? Und jetzt kommst, weil viele fragen, hat sich das jetzt geändert? Wenn ich jetzt die FIPS hier ziehe und das habe ich in der Vergangenheit genauso gemacht. Swing High, Swing Low. Wir haben die FIPS hier oben angesetzt bei der Spitze des 2017er Burruns runtergezogen bis zum Tief nach dem 2017er Burrun und diese zwei Punkte, die ändern sich ja nicht. Darum verstehe ich einige nicht, die sagen, haben sich jetzt die Preistargets geändert? Nein. Wir setzen die FIPS ja immer noch gleich an. Und tatsächlich kommen wir da genau auf den Höhepunkt der Fibonacci Retracements. Auf die 4,236 Fibonacci Retracements. Nichtsdestotrotz müssen wir uns die Bereiche angucken, die auch logisch erscheinen. Wenn wir uns den hier ansetzen, dann sind wir hier beim 10 Dollar Bereich. Das wäre der erste. Und dieser Bereich hier, die Spitze, die haben wir auch öfter mal ausgebildet. Und ich war ja der Meinung, dass wir dann hier auch bei 15, zwischen 15 und 16 kommen. Und das fand ich hier interessant. Diese 13 Dollar Marke, diese Hälfte da, die ist für mich auch ein sehr signifikanter Bereich, weil wir nicht immer die höchste Fibonacci Retracements erreichen müssen, so wie man sie eigentlich immer erwartet. Darum Leute, bin ich immer noch super, super bullisch eingestellt, was das hier angeht. Gucken wir uns mal an, was der Bitcoin gemacht hat. Wenn wir den Bitcoin einmal langfristig ziehen, das ist der Bitcoin im Weekly Chart, wo, ich nehme den hier einmal kurz raus, wo sind wir da? Schaut mal, wir halten uns hier immer noch zwischen der 21 Tage und der 34 Tage Moving Average, sind hier noch einmal reingekommen und sind immer noch in der Mitte. Was interessant daran ist, wir halten uns hier als Support genau bei der 2,618 Fibonacci Retracement. Als wir hier die starke Korrektur haben, sind wir auf die 1,618 runter. Wieder hoch, haben die 3,618 einmal angetestet und sind wieder runter, haben die höchste Fibonacci Retracement bis jetzt noch nicht erreicht, was bei 75.000 gewesen wäre. Wie gesagt, ich bin erst der Meinung, wenn wir hier diese 66.000, diesen Candle hier, den wir hier sehen, den roten, wenn wir den erst überschritten haben, dann werde ich erst bullisch eingestellt sein, dass wir hier überhaupt auf die 75.000 gehen können. Ihr wisst ja, ich habe gedacht, dass wir einen Blow-off-Top haben werden, zwischen 75.000 und 85.000 Bitcoin. Da habe ich erwartet, das wird aufhören. Das wird aufhören, aber da die Elliott Waves komplett gebrochen sind, macht das keinen Sinn mehr aus meiner Perspektive. Wenn wir uns aber hier die FIPS auch nochmal kurzfristig reinblenden, von dem Tief hier bis zum Hoch, also in die negative Richtung, dann sehen wir auch, dass wir hier runter korrigiert sind und genau bei der Fibonacci Retracement von 70,2 hier einen Stopp gefunden haben. Und ihr wisst ja, das ist immer dieses positive Zeichen, auf den wir warten. 70,2 und 78,6 Fibonacci Retracements. Wir sind jetzt runter korrigiert und halten uns jetzt in diesem kurzfristigen betrachteten Bereich bei 50% langfristig, bei der 2,618. Das macht aus der langfristigen und aus der kurzfristigen Betrachtungsweise Fibonacci-technisch komplett Sinn, was hier gerade passiert. Und wir halten uns wirklich sehr Fibonacci-affin. Und wenn wir uns das mal hier beim Daily angucken, wo sind wir jetzt wieder? Schaut mal, wir sind immer noch in diesem extrem langweiligen Flag-Bereich. Ob man jetzt Angst hat oder nicht, ob das jetzt in Gier oder Angst übergeht, nur weil wir ein paar Pumps hier manchmal sehen zwischendurch und dann geht das Ganze auch wieder runter. Das manipuliert einfach die Emotionen der Anleger und viele, viele haben dann Angst und gehen aus diesem Markt in dem Bereich. Aber was hat sich geändert? Rein gar nichts. Wir befinden uns immer noch in diesem Flag-Bereich. Wir oszillieren hier und fluktuieren immer noch zwischen dieser 233er, dieser Linie hier, der 233er Fibonacci-Rainbow-EMA-Ribbon. Und es hat sich nichts geändert. Den haben wir hier heute sogar noch einmal angetestet. Hier, wo wir über die 48.000 sind, fast angetestet. Wir halten uns jetzt wieder ein kleines bisschen drunter. Was wird das neue Jahr bringen? Viele erwarten den Schub, der im neuen Jahr direkt kommt. Ich vermute wirklich, dass wir nochmal eine Korrektur sehen werden, bevor der starke Anstieg kommt. Weil alle genau das erwarten. Alle, ich höre es überall. Überall höre ich es. Dieser Pump wird kommen im neuen Jahr. Jeder erwartet das. Ich vermute die Korrektur. Genau weil jeder denkt, es kommt dieser Pump, wird eine kontrollierte Korrektur wieder wahrscheinlich durchgeführt werden. Damit genau dieser Gedanke, wo viele jetzt wahrscheinlich reingehen werden, wo viele eine Long Position, eine Hebel getradete Long Position aufmachen, dass die nochmal liquidiert werden. Der Preis noch einmal runterfällt, bevor dann dieser Pump kommt mit der am Ende folgenden Rotation, wo die Altcoins dann so ausrasten werden. Aber gut, das ist nur meine Vermutung. Wie es kommt, werden wir dann sehen, wenn das neue Jahr begonnen hat. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr kommt richtig schön rein. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Ich werde auch mit Frau und Kind mich gleich auf den Weg zu meinen Eltern machen. Wir werden schön gemütlich zusammensitzen, ein paar Spiele spielen, wundervoll essen zusammen, eine schöne Zeit miteinander verbringen und dieses Jahr gemütlich ausklingen lassen. Ich hoffe, ihr werdet eine Zeit haben, die ihr auch genauso genießen könnt, so wie ich es tue. Jeder genießt es auf seine eigene Art und Weise. Für viele wird das langweilig sein, was ich hier mache. Für mich ist es das Schönste, was es gibt. Aber ich hoffe, ihr werdet alle auf eure eigene Art und Weise eine wundervolle Zeit verbringen und auf ein blühendes, neues Jahr, was kommen wird, Leute, mit wundervollem Gewinn. In diesem Sinne, Crypto Heroes out.